Für die Elektroinstallation in Gebäuden wird in der Regel die Unterputzinstallation gewählt. Hierbei liegen sowohl die Leitungen als auch die Gerätedosen unterhalb des Putzes. In diesem Video werde ich die wichtigsten Arbeitsschritte in chronologischer Reihenfolge zeigen. Als erstes werden die Löcher für Geräte und Schalterdosen gesenkt. Hierfür muss zunächst der genaue Installationsort der Dosen angezeichnet werden. Standardgemäß werden Schalter in einer Höhe von 105 cm installiert. Steckdosen sitzen in der Regel in einer Höhe von 30 cm. Beide Maße beziehen sich auf den fertigen Fußboden. Der Abstand von Rohbaukanten wie Türen oder Raumecken liegt standardgemäß bei etwa 15 cm. Als Referenzhöhe für die Installation dient der sogenannte Meterriss, welcher auf jeder Baustelle zu finden ist. Teilweise kommen hier spezielle Kunststoffplaketten zum Einsatz. Oft handelt es sich jedoch lediglich um einen einfachen Bleistiftstrich, der mit den Buchstaben OKFF für Oberkante fertiger Fußboden und der entsprechenden Meterzahl gekennzeichnet ist. Häufig ist dieser jedoch auch, wie hier zu sehen, nur unzureichend oder gar nicht mit entsprechenden Angaben versehen. In solchen Fällen kann es daher schnell zu Verwechslungen mit anderen Markierungen kommen, weshalb hier eine Rücksprache mit dem Bauleiter empfehlenswert ist. Anschließend können die entsprechenden Maße der späteren Dosen anhand des Meterrisses angezeichnet werden. Datendosen und Kleinspannungsdosen werden immer getrennt von Niederspannungsdosen installiert. Die Kabel und Leitungen sollten ebenfalls mit einem entsprechenden Abstand voneinander verlegt werden, um Störeinflüsse zu vermeiden. Auch Dosen mit unterschiedlichen Stromkreisen werden getrennt voneinander installiert. Nachdem anhand dessen der genaue Installationsort markiert wurde, werden mit Hilfe einer Dosensenkermaschine und einer entsprechenden Bohrkrone die Löcher gesenkt. Damit man beim späteren Eingipsen noch etwas Spiel für die exakte Ausrichtung hat, sollte man eine Bohrkrone mit einem Durchmesser von 82 mm wählen. Bei Renovierungs- und Umbauarbeiten empfiehlt es sich, eine passgenaue Bohrkrone zu wählen, um unnötige Ausbesserungsarbeiten am Putz zu vermeiden. Um beim Senken der Löcher ein Weglaufen der Maschine zu verhindern, kann ein Zentrierbohrer bzw. eine Zentrierspitze genutzt werden. Hierbei muss jedoch zuvor mit einer Schlagbohrmaschine vorgebohrt werden. Um Zeit und Arbeit einzusparen, wird daher häufig auf diesen Arbeitsschritt verzichtet. Um trotzdem ein Weglaufen der Maschine bei fehlender Zentrierspitze zu verhindern, muss die Maschine leicht schräg angesetzt werden. Dieses Vorgehen ist jedoch für Unerfahrene nicht zu empfehlen. Nach kurzem Senken wird bei dieser Methode noch einmal die genaue Ausrichtung kontrolliert. Anschließend wird je nach Dose ein 5 bzw. 7 cm tiefes Loch gesenkt. Während dieser Arbeiten sollte neben Gehörschutz und Schutzbrille auch eine Staubmaske getragen werden. In manchen Fällen kann es passieren, dass der Bohrkern bereits beim Senken aus dem Bohrloch ausbricht. In solchen Fällen kann der Bohrkern am besten durch leichte seitliche Schläge aus der Bohrkrone entfernt werden. Bei mehreren neben- oder übereinanderliegenden Dosen müssen sich die Löcher, wie hier zu sehen, leicht überschneiden. Die Wasserwaage soll verdeutlichen, dass auch ohne Zentrierspitze mit der entsprechenden Erfahrung ein sehr genaues Arbeiten möglich ist. Unerfahrene sollten jedoch mit einer Zentrierspitze arbeiten. Kleinere Abweichungen können aufgrund des absichtlich größer gewählten Durchmessers der Bohrkrone beim späteren Eingipsen der Dosen ausgeglichen werden. Zum Schluss werden die Bohrkerne mit Fäustel und Meißel ausgebrochen. Nachdem wir nun die Löcher für die Unterputzdosen gesenkt haben, können die Kabelschlitze für die anschließende Leitungsverlegung erstellt werden. Hierzu wird in diesem Fall eine Mauernutfräse mit einer entsprechenden Absaugung eingesetzt. Alternativ kann jedoch auch ein Winkelschleifer mit einer entsprechenden Diamantscheibe genutzt werden. Bei einer solchen Fräse werden direkt zwei Schlitze erstellt. Die gewünschte Schlitzbreite kann hierbei mithilfe von Unterlegplatten verändert werden. Beim Erstellen der Kabelschlitze müssen die Installationszonen eingehalten werden. Diese verlaufen wie hier zu sehen immer vage bzw. senkrecht. In einigen Räumen wie beispielsweise Bädern gelten besondere Vorschriften, die entsprechend eingehalten werden müssen. Das Arbeiten mit einer Mauernutfräse ist aufgrund der direkten Staubabsaugung sehr komfortabel und besonders bei Renovierungsarbeiten zu empfehlen. Bei den Arbeiten muss ebenfalls eine entsprechende Schutzkleidung in Form von Gehörschutz, Augenschutz und Atemschutz getragen werden. Nachdem alle Kabelschlitze gefräst wurden, kann der Mittelsteg ausgebrochen werden. Hierzu eignet sich besonders ein Bohrhammer. Allerdings kann auch auf Fäustel und Meißel zurückgegriffen werden. Nachdem nun die groben Arbeiten soweit abgeschlossen sind, kann der Schutz zusammengekehrt und entsorgt werden. Nun können die Unterputzdosen eingegipst werden. Hierzu werden zunächst die Löcher mit Wasser ausgespült, damit ein besserer Halt des Gipses gewährleistet ist. Anschließend werden die benötigten Dosen vorbereitet und in den Löchern platziert. Bei Schaltern kommen in der Regel 66 mm tiefe Dosen zum Einsatz, die ausreichend Platz für spätere Klemmen bereithalten. In den flachen Dosen dürfen keine Klemmen untergebracht werden, weshalb diese in der Regel nur für Steckdosen genutzt werden. In den Außenwänden sollten außerdem luftdichte Dosen mit Gummimembran eingesetzt werden, um einen späteren Luftzug durch die Dosen zu verhindern. Des Weiteren sind auch spezielle Elektronikdosen zu empfehlen, die über einen besonders großen Klemmraum für die spätere Installation von beispielsweise Datendosen verfügen. Bei Mehrfachkombinationen müssen mehrere einzelne Dosen miteinander verbunden werden. Hierzu werden die Verdrahtungsöffnungen der einzelnen Dosen ausgeboren. Anschließend werden die Dosen zusammengesteckt und in den entsprechenden Löchern platziert. Ebenfalls die später benötigten Leitungseinführungen können bereits geöffnet werden. Kleinere Nachbesserungsarbeiten an den Löchern können beim Einsetzen der Dosen mit einem Hammer vorgenommen werden. Nachdem alle Löcher mit den entsprechenden Dosen bestückt wurden, können diese eingegipst werden. Hierzu eignet sich besonders ein schnell aushärtender Elektriker-Gips. Je nach Mischverhältnis des Gipses vermengt man hierbei die entsprechenden Teile Wasser mit den entsprechenden Teilen Gips. Hierzu werden die Dosen geöffnet werden. Beim Eingipsen der Dosen ist auf eine gerade Ausrichtung zu achten. Hierzu kann man sich an den zuvor angezeichneten Markierungen orientieren. Alternativ kann jedoch auch eine Wasserwaage zu Hilfe genommen werden. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass man die späteren Kabeleinführungen nicht wieder mit Gips verschließt. Ebenfalls die spätere Putzdicke sollte beim Einsetzen der Dosen berücksichtigt werden, damit die Dosen später nicht zu tief in der Wand sitzen. Nachdem alle Dosen entsprechend eingegipst wurden, muss der Gips aushärten. Als nächstes können die Leitungen bzw. Leerrohre verlegt werden. Zunächst sollte die zu verlegene Leitung auf etwa 15 cm abgemantelt werden. Hierzu eignet sich optimalerweise ein entsprechendes Abmantelmesser. Anschließend kann die Leitung in die Dose eingeführt werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass noch etwa 1 cm des Mantels in die Unterputzdose ragt. Die Verlegung der Leitung und Leerrohre erfolgt anschließend anhand der zuvor angefertigten Kabelschlitze. Zur Fixierung werden in diesem Fall Stahlnägel verwendet, die vor dem Verputzen wieder entfernt werden müssen. Es können jedoch auch Nagelschellen oder Nagelscheiben zum Fixieren der Leitung genutzt werden. Bei der Verlegung auf dem Rohfußboden sollte nach Möglichkeit die gezeigte Leitungsführung eingehalten werden. Um Beschädigungen der Leitung zu verhindern, empfiehlt es sich, die Leitung mit einem Leerrohr zu versehen. Die Befestigung erfolgt mit einem Gewebemontageband und Einschlagnägeln, welche mit einem Setzeisen und einem Fäustel direkt in den Betonboden eingeschlagen werden können. Des Weiteren muss bei der Leitungsverlegung auf die Biegelradien geachtet werden. In der Regel sollte der Biegelradius mindestens dem vierfachen Leitungsdurchmesser entsprechen. Kommt somit beispielsweise eine 3x15-Nym-Mantelleitung mit einem Außendurchmesser von 9 mm zum Einsatz, muss der Biegelradius mindestens 36 mm betragen. Bei Daten- und Kommunikationsdosen wie etwa Netzwerk-, Telefon- oder Antennendosen muss ein späterer Austausch der Datenkabel möglich sein. Daher werden hier in der Regel Leerrohr verlegt. Hierbei sollte die Rohrlänge nicht zu lang ausfallen und insgesamt nicht mehr als drei Bögen aufweisen. Außerdem sollten wie hier zu sehen die Bögen möglichst großzügig ausgeführt werden, um das spätere Einziehen der Kabel zu erleichtern. In einigen Regionen erfolgt die komplette Elektroinstallation in Leerrohren. Diese Installationsvariante ist jedoch in Deutschland nicht vorgeschrieben, weshalb viele Bauherren weiterhin auf die günstigere Installationsvariante zurückgreifen, bei der die Leitungen fest unterm Putz verlegt werden. Bei dieser Installation sind jedoch spätere Änderungen oder auch der spätere Austausch von beschädigten Leitungen mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, der bei der Planung oft außer Acht gelassen wird. Dies sollte einem bereits vor der Bauphase bewusst sein. Nachdem alle Leitungen und Rohre entsprechend verlegt wurden, werden diese mit einem schnell aushärtenden Gips befestigt. Anschließend müssen in diesem Fall die Stahlnägel wieder entfernt werden. Bei der Verwendung von Nagelschellen oder Nagelscheiben kann auf diese Arbeitsschritte verzichtet werden. Nun können bereits die ersten Verdrahtungsarbeiten vorgenommen werden. Wie hier zu sehen, sollte man die zu verklemmenden Adern zunächst in den hinteren Teil der Dose legen, um eine ausreichende Reserve in den Aderlängen zu gewährleisten. Danach werden die Adern zunächst eingekürzt und im Anschluss abisoliert. Jetzt können die entsprechenden Klemmen aufgebracht werden. Hierzu eignen sich besonders die flachen Kompaktverbindungsdosenklemmen des Herstellers WAGO. Als letztes werden die Klemmen mit den Adern in den hinteren Teil der Dose gelegt. Nach dem gleichen Prinzip wird auch mit den restlichen Adern vorgegangen. Durch diese Verdrahtungsmethode wird der begrenzte Platz in der Unterputzdose optimal ausgenutzt und auch spätere Änderungen oder Messungen an den Klemmen sind durch die geordnete Verdrahtung problemlos möglich. Die Adern, die später auf die Geräte wie beispielsweise den Schalter oder die Steckdose geklemmt werden, werden gut erreichbar in den vorderen Teil der Dose gelegt. Eine Kennzeichnung oder Beschriftung der entsprechenden Adern erleichtert die spätere Installation der vorgesehenen Geräte. Bei mehreren neben- oder übereinanderliegenden Dosen können die Klemmen in einer Dose platziert werden. Hierzu können die zu verklemmenden Adern durch die Verbindungsöffnungen gelegt werden und nach dem gleichen Prinzip in einer Dose miteinander verbunden werden. Da Schalter in der Regel Platz für zwei Adern bieten, kann der Außenleiter mit Hilfe von Drahtbrücken in jede Dose gelegt werden. Beim späteren Einbau der Schalter liegt somit an jedem Schalter die benötigten 230 Volt an. Somit kann in diesem Fall auf eine zusätzliche Klemme für den Außenleiter verzichtet werden. Nachdem in allen Dosen die Verdrahtungsarbeiten abgeschlossen sind, werden die Signaldeckel aufgebracht. Diese schützen die Dose vor dem Putz und erleichtern durch die vorstehenden Kunststoffnasen das spätere Wiederfinden der Gerätedosen. Somit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. In der Videobeschreibung finden Sie alle verwendeten Materialien, Werkzeuge und Maschinen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.